Hallo meine Freunde und herzlich willkommen zurück zu Minecraft und heute ist Gartensimulator angesagt. So, Seeds können erstmal wieder raus. Haben wir Hunger? Ja, haben wir. Die Eimer lassen wir da. Das kommt rüber in die Holzkiste. Schwarze Wolle, weiße Wolle tun wir erstmal raus. Brauchen wir jetzt nicht. Weil man weiß ja nie, eventuell sterben wir und dann wäre das ja dann alles weg. So, nichtsdestotrotz. Ja, wird es Zeit, dass wir das Lager fertig bekommen. So, Stone. Ja, egal, den Rest nehmen wir jetzt einfach mal mit. Darauf wusste ich, obwohl wir könnten hier ein bisschen Erde noch rausräumen. Und ein bisschen Cobblestone. Wenn wir schon dabei sind. So, okay. Dann Schere haben wir dabei. Mal ab in Richtung Sumpf. Der grob die Richtung ist. Da müssen wir jetzt schon ein Stückchen laufen. Das ist ja nicht schlimm. Aber ich werde gerade mal was schnabulieren. So, haben wir jetzt zwar nichts mehr dabei. Aber gut. Keine Lust jetzt nochmal zurück zu laufen. Weil Seerosen in so klaren Gewässern ja nicht wachsen. Oder die wachsen nur in Sumpfgebieten. Meine ich. Zumindest. Na egal. Wir latschen da jetzt mal fröhlich hin. Blümchen haben wir genug für den Garten. Und dann können wir uns da eigentlich auch noch ein paar Lianen oder so mitnehmen. Ich bin ja mal gespannt mit der 1.2, die ja kommen soll. Kommen dann ja auch noch Dschungelgebiete. Mal schauen, was uns da so erwartet. So, hier hinten ist ja schon der Sumpf. Oh, da unten ist es nicht geladen. Schade. Creeper. Das Eisen. Zwei Creeper. Können wir uns mal merken, das Ganze hier. Ich werde hier auch nochmal eine Beobachter-misch-Fackel hinstellen. So. Äh. Sumpf. Ah, da sind schon die ersten Seerosen. Zack. Und zack. Nehmen wir uns noch ein paar mit. Daraus kann man sich ja sogar Brücken bauen. Wer es noch nicht weiß, man kann sich da draufstellen. Auf die Seerosen. Die sind extrem belastbar. So. Das hier ist ja dann, das ist ja glaube ich Lehm, oder? Ja. Na gut. Wir haben so viel Lehm um unser Haus drumherum. Da können wir noch genug besorgen. So, wir nehmen uns jetzt hier noch die ein oder andere Seerose mit. Nein. Ich denke immer, wenn es genau 12 Uhr ist, dann ändert sich das Licht irgendwie so in dem Spiel. Also jetzt hat das nichts mit irgendwelchen Mods zu tun. Es ändert sich aber so, als würde es irgendwie dunkel werden. Blätter wollte ich eigentlich keine mitnehmen. Ah, doch. Eine gute Idee. Kann ich auch mitnehmen. Alles her damit. So, da das ja das Zeug ja immer wächst, brauchen wir uns dann nicht so viel davon mitnehmen. Und wir werden eh noch Holz gebrauchen. Töten wir den Baum hier direkt um. Nein. Ganz schön hoch der Baum. So, jetzt ist er weg. und dann nehmen wir noch die Schere ja ihr wisst ja was ich meine so ungefähr so das reicht erstmal für unser Vorhaben den Baum töten aber auch um Stirb, Baum, stirb Habt ihr gesehen? Headshot So, alles an Holz eingesammelt Ach, na komm, wenn wir gerade hier sind Nehmen wir uns noch ein paar Lianen mit Und ab nach Hause wieder Da seht ihr jetzt, da ist zum Beispiel so ein Strich Ja, das sind so kleinere Bugs, mit denen kann man aber leben Meiner Meinung nach, dafür, dass der Rest so toll aussieht Ich meine, so oft guckt man eh nicht nach oben Ähm, Kakteen Ich glaube, ich nehme mir direkt ein paar Kakteen mit Wenn wir schon mal hier in der Gegend sind Oh, ich höre ein Zombie Aber wo? Vielleicht irgendwo unterirdisch So, dann gehen wir mal hier hinter Was denn hier noch? Das ist am Ende die Oh, da ist ein Endermann Endermann, ich sehe dich Ähm Ja, das ist am Ende die Spalte, die auch dahinter führt Wo wir es uns markiert haben Das sah mir auch so irgendwie nach Spalten anfangen aus Beziehungsweise kommt man da bestimmt in die Spalte Ihr könnt mir ja mal in die Kommentare schreiben Ob ihr es unbedingt wollt, dass ich mal Eine, 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 eine So eine Höhlenerkundungstour mache So, das ist mir jetzt dann doch Zu hell hier Hatte ich nicht wirklich was getan Äh, Kakteen Beim Ei baut man die am besten ab Einfach ein schweres, hartgekochtes Ei nehmen Was da denn? Sieht voll abgeschnitten aus Lass mich raten Hehehe, zack Schau, da ist nicht so viel eingekracht Stirb Oh, da stürzt auch nicht ein Naja gut Alter, ist die groß Ich wünsche, dass die so groß werden können So, da haben wir auch genug Kakteen Und dann Nehmen wir uns hier noch ein bisschen Sand mit Wenn wir gerade schon mal vor Ort sind Und können uns ein wenig mit Sand eindecken Oh, da hinten ist noch Kohle Ja, wir haben ja zum Glück alles an Werkzeug mitgenommen Kohle Und Sandstein So, einmal her damit bitte Ach, da hinten ist gar nicht mehr Kohle Naja, soll ich hier noch ein bisschen Sandstein abbauen? Da ist Kohle Aha Hüp Nein Au Ja, den Turm natürlich abgebaut Und Wenn ich jetzt mal die richtige Taste treffen würde Hier wird aufgebaut Hüp Ja, da kam leider Sand runter Naja, egal Rück mit dir Wüstenerkunden Oh mein Gott Ein schwebender Sandstift Was haben wir denn hier noch? Da haben wir nichts Ich würde sagen, wir gehen mal langsam wieder nach Hause Aua Treffe ich nicht Echt? Mit einem Sprung klappt es auch nicht Deswegen gehen wir mal weiter Wieder in Richtung Nach Hause Bevor es dunkel wird Und ich dann dolle Angst bekommen Weil überall Monster sind So, aber hier hinter dem Sandhügel Müssten wir schon das NPC Dorf sehen Ach, wenn ich klatsche Und noch ein paar Monster um Ich nehme schon mal das Schwert Zur Hand Falls wir es nicht rechtzeitig packen Hui Hui Es sind so viele Kakteen Und ich laufe wieder Ins letzte Eck der Wüste Mann, Mann, Mann Hüp So, nochmal kurz Nacht baden Nein, nicht nackt Sondern nur Nacht Hallo NPC Mensch So, ab nach Hause Da Wir haben es gepackt So, erst mal schlafen legen Ganz wichtig Gute Nacht Und ich trinke mal einen kleinen Schluck So Cool, dann können wir jetzt unten Nachdem wir das Lied gewechselt haben Mal weitermachen Im Jahrarten Mist, der hat sich gerade weggeportet Der Ende der Mensch So Dann würde ich sagen Flupp Und Flupp Flupp Schön Und Nehmen wir das mal hier kurz Machen wir uns hier ein kleines Gebüsch hin Dann setzen wir da einfach noch eins zu vor So Kleines Gebüschi Kannst du auch noch eins hin machen Ja So, Blumen Wollte ich noch das ein oder andere Blümchen pflanzen Das machen wir jetzt mal So, Gemüse, Truhe Und Sepplenk aufgesammelt Mit den Weinen weiß ich noch nicht genau Wie wir die Verarbeiten werden Schauen wir mal So, Blümchen Ei weg Und rote Pilze Natürlich Und hat viel soll es ja gar nicht werden Aber so Können wir mal wieder Ein Blümchen irgendwo hinsetzen Zum Beispiel Da hin Nein, da machen wir mal rote hin So, da mal ein Blümchen hin Und Da mal ein Blümchen hin Und Da mal ein Blümchen hin Da sind wir wieder rote Wir möchten irgendwo noch was rotes haben Und da noch ein paar Blümchen hin Und da auch So, Pilz Wo packen wir den Pilz hin? Da Da kommt ein Pilz hin Ja, geht doch, oder? Unser kleines Gemüsegärtchen Man könnte sich ja Eventuell Hier noch ein bisschen größer machen Nein So Und So Dass man sagt Man geht halt Hier an den Baum Und von da aus Dann hier rüber Denn Ich hab da noch was vor Ist mir gerade mal so eingefallen Da haben wir sogar einen Zaun gespart So Dann müssen wir nochmal kurz reingehen Mal kurz auf die Uhr schauen Aber passt noch alles Wir sind voll im Rahmen So, da haben wir sie nicht umsonst gebaut Erstmal Äh, Workbench Ja Ja Nein Nein Oh, klar Moment Ich muss mal niesen Ach Jetzt war ich gar nicht gemutet Ich bin ja auch doof Naja Da habt ihr es gehört Es tut mir leid Ich Ja Hab hier meine Mute-Taste gedrückt Mit der ich mich normalerweise Im TeamSpeak mute Aber Da ich nicht im TeamSpeak bin Kann ich mich damit schlecht Muten Naja Da habt ihr mich mal niesen hören Es tut mir wie gesagt leid Mach sowas nicht gerne in der Aufnahme Ähm Dann stellen wir hier schön in den Schatten von dem Baum Ein kleines Bänkchen Ja Ja Und Dann machen wir hier hinten So Machen wir wieder so eine Fackellampe hin Auch wenn ich jetzt kein Glas einstecke Habe Aber das holen wir uns schnell Wir müssen ja nur irgendwo Glas haben Hoffe ich mal Jedenfalls Okay Ja Aber wir haben Sand Wir haben Kohlen So Dann machen wir uns kurz Glas Auf das eine warten wir jetzt schnell Komm schon Und tu es Danke So das setzen wir jetzt noch da vorne rein Und dann haben wir da noch ein schönes Lämpchen Zack Das sieht doch gar nicht so schlecht aus Obwohl das Blümchen da jetzt so ein bisschen deplatziert wirkt Das machen wir jetzt mal Da hin Und Nehmen wir noch ein rotes für Da hin Nein 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 Bin ich unzufrieden mit Wir machen das rote hier hin Und das gelbe da hin So Ja wie ich die Weins verarbeite weiß ich noch nicht ganz Aber ich finde unser Gärtchen schön oder Das ist so ein schönes Gemüse Gärtchen Doch gefällt mir Okay Ähm Kisten Wir haben doch noch ein Ei aufgesammelt gehabt Hatten wir nicht Haben wir weggeworfen Haben wir Weiß ich nicht Okay So Nein Biokiste Das kommt da hin Kakteen Ah hier habe ich aber noch Ei Die kann ich mal rüber räumen Genauso wie die Pilze Aus denen kann man ja Ich glaube ich nichts zu essen machen Die tun wir dann mal wieder da rein Ähm Ach Blümchen fehlen hier Genau Ne Nein Hilfe Dober Pilz Verschwinde Äpfel nehmen wir auch mit rüber Können wir auch in die Futtertruhe Wobei man mal hingehen könnte Dann könnte sagen Hier kommt Fleischiges Und Eiges rein Und hier oben kommt Gemüse rein Da haben wir sogar schon Seeds drin Wow So Pilze Und Eier Und Eppel So Schön Dann hole ich auch gerade nochmal die Seeds Raus Wenn wir die anscheinend auch da in der Truhe haben Seeds Sinds noch irgendwas Nö Sonst Hier Nix Jutti Halt Hier oben Ach was war ich schon da Äh ich werde mir das aber glaube ich nochmal anders einrichten Hier Ei hat mir doch hier unten Ja Ach geht nur 16 Erstex Stimmt ja Hatte ich ganz vergessen Ah unser Weizen wächst schon Das ist doch auch schön Fein 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 Ja und da würde ich sagen War es das mit diesem Part So und wir könnten ja Fleisch Eigentlich komplett Komplett Braten Ich will aber immer nur eine Fleischsorte Ähm Im Kühlschrank haben Sonst nimmt das immer so Verwirrt Dings weg Naja ihr wisst schon was ich meine So Platz im Inventar Nein Ja So da haben wir wieder ein bisschen Cleanstone Ich nehme jetzt hier aber mal einen Schrank Kohle mit Das Glas ist noch am Backen Wird aber wahrscheinlich nicht fertig Und zwar du bekommst zwölf Kohle Machen wir auch gerade mal die Fleischstücke rein Zack und du bekommst auch noch zwei Damit du fertig backen kannst Und hier werden wir jetzt gerade mal umschichten Clay hatten wir eben noch aufgehoben Hier kommt Stone hin Clean stone Ah da haben wir doch auch schon ein bisschen was Das ist doch schön Okay gut Dann beende ich jetzt den Part Und wir sehen uns im nächsten Bis dahin Leute Ciao 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 Ciao